Willkommen bei Mac TV, willkommen zu, nochmal, das muss ich nochmal anfangen, jetzt war ich irgendwie total mit diesem Putz. Im Putz, das wird heute nichts mehr. Dieses Putz macht mich... Ahem. Willkommen bei Mac TV, in diesem Beitrag wollen wir einen Blick auf einen brandneuen Google-Dienst werfen. Google Buzz wurde in der letzten Woche hier gerade vorgeschnitten. So, Google Buzz. Ich werde bekloppt. Ich kann es nicht. Ich glaube... Ich kann nicht. Ich, ich, äh... So. Also gut, ähm... Gut. Ja. Ja, ich wollte nicht sagen, aber kennst du was anderes sagen als Google Putz? Google Buzz. Okay. Google Begleit. Puff. Achso. Puff. Jetzt habe ich Tränen in deinen Augen, ja. Ach, das ist furchtbar. Ah, das ist schön hier am Karneval heute. Ja, genau. Ah. Das heißt Google Putz. So, jetzt ist es aber, jetzt, ich versuche wirklich, ich versuche mich jetzt ausrassen. Okay, ich versuche es gleich nochmal, aber jetzt müssen wir erst nochmal fallen. Ja, Leute, was soll ich jetzt machen? Ich meine, das machst du alleine. Guck mal, stell mal den Det. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Detlef, komm zu mir und guck mal ein bisschen seriös in die Kamera und dann ziehen wir den Beitrag hier durch. Also gut, nachher heißt es irgendwie, ich hätte was getrunken, ja, aber es war gar nicht viel. Stimmung. Also, gut. Geht's? Ich kann dir gleich sagen, wenn du das zum ersten Mal sagst, wieder, dann kann ich mich nicht halten, ja, also. So, also kurz die Kommentare, das ist schon auf null. Haben wir noch ein Zwischenthema, was wir jetzt irgendwie verbreiten können, bevor wir es nochmal versuchen. Komm, wir starten nochmal dieses Lotus-Symphony, damit wir ein bisschen runterkommen. Oh, jetzt nicht nochmal über die Präsentationssoftware ein bisschen mehr reden. Also, jetzt Uhr auf null, Kommentare gelöscht und. Gut. Ich weiß, möglichst bald dann auf den Gejagd, ja? Nein, dann fange ich, okay, ich versuche es. Also. Jetzt mal ganz ernst. Ja, also. So. Willkommen bei Mac TV. In diesem Beitrag wollen wir, es tut mir so leid, aber es ist irgendwie, warum du hast mich jetzt irgendwie total angesteckt. Hatten wir das schon mal, dass wir es nicht geschafft haben, den Beitrag anzufangen? Ich glaube, das ist das letzte Mal. Also, komm, ich jetzt. Ich versuche es, ich muss einem was Ernstes denken. Dann tue ich auf, geh weg. Also. Ja, ich glaube, jetzt geht's. Ja, wirklich, wir haben bald noch so ein Kichern irgendwie drin, ja? Also, pass mal auf, wir, wir, ach nee, ohne Kamera geht ja nicht, ne? Bei Workshops sagen wir immer, einmal ohne Kamera, ne? Jetzt müssen wir es ja im Grunde... Ja, einmal ohne Kamera ist ein bisschen schlecht für eine Live-Sendung. Also. Okay, ich fange jetzt einfach mal. Alles gut. Okay, alles klar. So. Willkommen bei Mac TV. In diesem Beitrag wollen wir einen Blick auf den brandneuen Google-Dienst werfen. Google Buzz wurde letzte Woche vorgestellt. Gut, sehr gut. Das machen wir jetzt gerade nochmal und zwar richtig. Ich glaube, ich krieg's ja nicht mehr hin, Leute, ja? Du musst aber auch schneller auf den Gerd schalten irgendwie, ja? Ja, weil ich hab schon das verkrampfte Gesicht aus meinem Augenwinkel gesehen und dann kann ich natürlich nicht mehr weitermachen. Also, jetzt ist es auch nicht mehr lustig irgendwie, ja? Jetzt muss es wirklich mal gehen, jetzt, also. Das geht alles von langer Zeit ab. Ja, ich weiß. So, los. Also, jetzt.